euch zu beobachten. Pass ab, hab ich ja ihn abgestoßen. Oh, nee, Digga. Einmal ein Clip, bitte kurz, einmal für mich, damit Amar auch nicht denkt, dass ich ihn verarsche. Oh, sechs Flammen, sechs Flammen. Niko, ne! Ja! Ja! Oh, nein, du! Fickt euch alle! Scheiße! Scheiße! Oh, nein, du. Was? Was? Ah, fuck, Alter. Ihr mit eurem Scheiß-Pack-Duell. Ihr zählt da nur Schwanz. Irgendwelche 86er. Was macht ihr denn? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Fuck! Das ist ja, ist der der beste Spieler, oder nicht? Mhm, das kannst du dir nicht aussehen. Das kannst du dir nicht aussehen. Ja, Heiser, Scheiße. Das war's mit Fieber. Also, ich gönne den vom Herzen, aber, Digga. Ich hätte den auch gerne bei mir gesehen. Ich bin gerade gebrochen. Nicht, weil ich ihn nicht gönnen soll. Ich hab gerade übel Herzrasch. Ich bin gerade völlig im Arsch. Ich bin gerade richtig... Digga, das ist noch in fünf Jahren ist das noch Legende. Ach, du Scheiße, Mann. Ach, du Scheiße. Ich fass das nicht. Ich fass das gerade gar nicht. Digga, wir machen hier unser Pack-Duell. Und ich ziehe zuerst Lewandowski, dann ziehe ich eine Ikone. Dann ziehe ich noch Ronaldo. Ist das nicht die beste Ikone, die es gerade überhaupt gibt? Einer der besten. Ich glaube, Pelé ist noch höher. Aber sicher bin ich mir nicht. Absagen. Was soll ich mir da geben? 72 Stunden, wie du auf mir rumhackst und mir deinen Ronaldo zeigst? Ja, vielleicht hab ich mit... Oh, boah. Ah! Ah! Scheiße! Ich hab beide Ronaldos gezogen. Das war's. Ja, Micky, sag ab. Sag ab. Sag ab. Was? Cristiano Ronaldo. Ich ziehe Ronaldo und Cristiano Ronaldo. Ganz moll, Digga. Ist durch, Digga. Ja, sorry, Micky. Ja. Na, ist klar, Digga. Ich dachte mir, doch, seine Fresse kenne ich. Ich hab übelst Puls. Das ist heftig. Das ist krass. Unmöglich. Ich bin, glaube ich, der luckyste Spieler global. Es gibt nur dreimal R9. Und es gibt nur eine Handvoll, die Cristiano Ronaldo gezogen haben. Und es gibt niemanden, der beide zieht. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der R9 gezogen hat. Und Cristiano Ronaldo. Gibt es nicht. Auf der ganzen Welt. Digga, Max, das kannst du keinem erzählen. Weltweit. Du ziehst zwei Ikonen, 90er-Spieler und heute Ronaldo und Ronaldo. Dein Team ist nach dem ersten Tag fertig? Ist fertig nach dem ersten Tag, ja. Geil, Max. Richtig geil. Also nach der Nummer, was du heute gezogen hast, ne? In der Zeit, es werden irgendwelche Verschwörungstheorie-Videos auftauchen. Das wird so übel. Weißt du, was das Allergeilste ist? Was ist das Geilste? Wir künden unseren 72-Stunden-Stream am 22. ein. Und die A sagt, nee, ist nur ausgewählt. Creator, wir kriegen keinen Early Access. Dann gibt es Leute wie Eli und Sid und so, die öffnen 3000. Tage lang, jeden Tag, acht Stunden. Und ich öffne jetzt hier für drei Stunden im Stream. Und ziehe mehr als Monte, Amar, Eli, Sid. Alle zusammen. Alle FIFA Creator zusammen. Ohne Early Access. Ohne. Aber du musst jetzt noch mal was...